Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei ArchieGaming, Flo wird am Start. Heute gibt es ein weiteres Squadbuilding Challenge und zwar wollen wir uns heute an diesem Freitag erstmal vor allen Dingen um die neue Season kümmern. Ihr seht es, Squadbuilding Challenge ist und eine neue vor allen Dingen Best-of Neuauflage Nr. 3 ist draus mit Team of the Season, Karten, wir haben alle damit gerechnet und wir bekommen natürlich heute auch unseren Sommerhitzebonus, das steht natürlich auf jeden Fall fest. Wir haben hier jetzt auf dem Hauptaccount unser Folgendes bekommen und zwar heißt es da, der letzte vor Sommerhitze Teilnahmebonus ist da. Da du dich seit dem Start der vor Sommerhitze von 17. Juli bis zum 12. Juli an 20 bis 24 Tagen in 24 Ultimate Team angemeldet hast, erhältst du als Stufe 3 Bonus ein seltenes Megapack. Viel Spaß. Warum auch immer 20 bis 24 Tage nur hier am Start sind, eigentlich müsste es Stufe 1 sein, weil ich wirklich jeden Tag ja mit euch hier den Content raushau und den Content droppe. Nichtsdestotrotz nehmen wir jetzt das seltene Megapack natürlich gerne mit, werden gleich auch noch vielleicht auf einen anderen Account gehen, da den Bonus noch abholen. Ihr könnt mir aber schon mal gerne auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, welchen Bonus habt ihr bekommen, ja? Und was habt ihr dann jeweils in den Bonus gezogen? Das würde mich auf jeden Fall extrem interessieren. Außerdem wird es wahrscheinlich heute um die Serie A, garantierte Serie A Team of the Season SBC diesem Video gehen. Bevor wir also rein starten in das Video, könnt ihr gerne das Video supporten. Und zwar mit einem Daumen nach oben, 300 Likes gebe ich auf die LC raus, lasst Liebe da, zeigt Support, lasst uns die so schnell wie möglich auf jeden Fall voll machen und dann wird es nachher noch um eine Upgrade SBC gehen, wahrscheinlich gegen 22.15 Uhr. Schaltet da auch gerne wieder mit rein. Ja, also auf jeden Fall eine richtig geile Geschichte, dass wir jetzt unter anderem Team of the Season Karten, wie wir auch mit gerechnet haben, jetzt endlich drin haben in den Packs. Insofern hoffen wir natürlich hier in den Bonusdingern, dass wir auf jeden Fall schon mal ein Team of the Season ziehen können. Also, eine richtig geile Geschichte, aber nicht nur Team of the Seasons sind ziehbar, auch EA hat wieder diese Woche eine Liste rausgehauen zu Release 3 und das sind unter anderem Bundesliga Team of the Season, Community Team of the Season Spieler, CSL, IFL, Irre Devise haben am Start, Hohe Birthday Karten sind wieder da, Future Stars Karten unter anderem immer noch, La Liga Tots, lateinamerikanische Team of the Season sind draußen, Liga Nos, wir haben League On draußen, MLS, wir haben die Premier League draußen, wir haben Rest der Welt Team of the Season, Road to the Final immer noch K.O. draußen, Saudi League Team of the Seasons, ausgewählte Man of the Match Karten, weiter geht es dann mit Serie A Team of the Seasons, Shapeshifters, Super League Team of the Season, also gefühlt alles, was hier noch auf jeden Fall draußen ist und dann ausgewählte Team of the Week, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Spieler. Also, ja, checkt einfach die Liste ab, findet ihr auf Twitter, auch gerne auf Twitter könnt ihr uns einmal folgen, wenn ihr Bock habt, falls ihr uns das noch nicht macht und ich nehme das Ganze hier gerade live wieder via Twitch auf, falls ihr also hier mal vorbeikommen wollt, uns live sehen wollt, auch gerne Twitch immer abchecken, twitch.tv-archigaming und hier auf YouTube kein Content mehr verpassen, gerne die Glocke aktivieren, wenn ihr täglich dabei sein wollt. So, das haben wir gestern noch bei den Top-Partien verkauft und ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal rein mit dem ersten Bonus, seltenes Mega-Pack in 3, 2, 1 und Abfahrt, Jungs, kommt schon, let's go. Also, hier hat schon mal reingeschrieben, er hat die Stufe 4 bekommen von den Bonus-Dingern und wir bekommen hier jetzt, ah, wer wird's? Komm schon, Brasilien wird's, Innenverteidiger, ah, 83er, Miranda, nehmen wir natürlich gerne mit. Ja, und außerdem haben wir natürlich neue SPCs, die wir uns heute hier im Detail anschauen, Miranda, Romagnoli, Pacheco und so weiter und so fort, können wir alles gleich in der SPC benutzen und der Rest kann eigentlich so gut wie diskartet werden, wird auch gemacht und zack, weg damit. Also, aber nicht nur neue SPCs sind heute am Start, sondern natürlich auch wieder eine neue Season, die am Start ist und zwar für insgesamt jetzt noch 41 Tage und 23 Stunden, heißt 42 Tage haben wir Zeit, wir haben nochmal wieder die Target-Aufgaben, wir haben eine Aufwärmrunde, ein Sieg, zwei Sieg, drei Sieg, vier, okay, acht Sieg, zehn Sieg für ein Jumbo-Präum-Goldspieler-Pack, können wir uns ganz jetzt spart abholen, gewinne jeweilige fünf, sechs und so weiter Rivals-Partien. Ja, und da haben wir insgesamt 14 Tage für Zeit, dann haben wir Seriensiege, auch 14 Tage Zeit, fünf Rivals, zehn Rivals, 15 Rivals-Partien, jeweils gewinnen und 25 für ein Jumbo-Seltenes-Spieler-Pack und dann haben wir Sommerhitze-Fan-League-James am Start. Lass dich im Sommer vom Future Stars-Objekt inspirieren und hol dir Sommerhitze-James, also der auch wieder zurück quasi am Start, wie auch damals ist eine 91er-gewandte Summerhit-Version von ihm mit Top-Skills. Werden zwei selber ratende Squad-Battles-Partien, also alles wieder Squad-Battles basiert, richtig gute Geschichte, sehr, sehr nice Sache hier, auf jeden Fall mit James und dann hier Squad-Battles-Siege, Profi- oder Rivals-Siege, also wird ganz entspannt, könnt ihr euch das Ganze hier wieder abholen in Summerhit-James, wenn ihr Bock habt und dann haben wir Woche 1 Bronze, wir haben Garincha-Story, Call-Story, Online-Spiel, Squad-Battles, Pass-Guru und so weiter und so fort, den Rest kennen wir und das, was jetzt noch neu ist, ist der Saisonfortschritt und da haben wir dann die Season 8 am Start. Mit Packs wieder, wir haben Garincha als Leihkarte, genauso wie ein Kreuf bei Level 10. Neue Jubel sind wieder am Start, hier neue Spieler mit Morales und Co., falls ihr hier ein separates Video zu sehen wollt, zu der Season 8, wo ich das Ganze detailliert mit euch nochmal durchgehe, mit Tete, André Gomez und Morales, dann lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen, gerne mit einem Like wissen, dann werde ich das Ganze separat nochmal für euch angreifen. Leihspiel Eusebio bei Level 22 und 6 Seiten und am Ende und bei Level 30 haben wir 92er Martial am Start, außerdem haben wir am Start einen Berndan Deschi, RM und wir haben einen Can, Dortmund-Werl, das werden sich freuen, ZM Can ist am Start schon mit einem neuen 1 und 1 Trikot, alles klar. Also falls ihr dazu ein separates Video sehen wollt, wo ich wieder wie beim letzten Mal, ich glaube bei Season 6 oder 7 war das der Fall, das Ganze separat im Video angreifen soll und nochmal detailliert mit euch durchgehen soll, mit meiner Meinung und so weiter und so fort, schreibt mir das rein in die Kommentare. Generell für den Kommentaren, gerne einen Kommentar verlassen für den Algorithmus. Ja und jetzt gehen wir mal die SPCs durch. Also, abgehörte SPCs werden wir auf jeden Fall quasi nachher nochmal angreifen, jetzt aber Arturo Vidal unter anderem rausgekommen. 7 Tage verbleiben, 2 Segmente zum Abschließen, gucken wir da erstmal rein. Also Barcelona und La Liga, 2 86er-Gerated-Squads ohne Spezialkarten mit 15 und 60 Team-Schmied. Das sieht gar nicht mehr so schlecht aus, gucken wir kurz rein. 4 Sterne, 4 Sterne hoch, hoch. Jo, Alter, was ist denn bitte das für eine heftige Karte? Also das würde ich mal sagen, ist Endgame sein Vater. Zwei Segmente zum Abschließen, 7 Tage, Jungs, 7 Tage, inspiriert von seiner Rückblick-Version. Übrigens, falls ihr das noch nicht wusstet und gesehen habt. Ja und dann geht es hier weiter. Also die SPCs sind immer noch am Start. Footmiss Challenge, die dürfte auch neu sein. Lasst mich das mal kurz gegenchecken, ob das der Fall ist. Heute noch, ja genau, Footmiss Challenge rausgekommen mit einem Prime-Germission-Spieler-Set und zwei seltene Gold-Spieler. Falls ihr da eine Lösung zu wollt, findet ihr auf dem Channel, jeweils von damals noch. Ja und jetzt die Serie A-Tots-Garantie-SBC. Also passend zu Belotti und Verdi, die auch diese Woche gekommen sind, jetzt die garantierte Serie A-Tots-SBC. Einige, weiß ich Bescheid von den letzten Kommentaren schon, haben drauf gewartet. Und die Frage ist, was kostet diese SPC? Sie ist zwei Tage verbleibend. Und mal gucken, welche davon noch kommen. League A-Tots ist, glaube ich, auch noch ausbleibend. 84er-Gerateter-Squad, 55 Team-Schminour und 11 Spieler in der Anzahl her. Von den Coins her, ich gucke mal gerade bei Footmins direkt nahe im Vergleich, sind wir bei ungefähr 70.000 Münzen. Falls ihr gar nicht im Verein habt, laut Footband, 72% sagen Daumen runter. Was ist eure Meinung zu dem 84er-Gerateten-Squad? Schreibt mir das gerne rein in die Kommentare, ich finde es gar nicht so schlecht. Und Vidal, oh mein Gott, der ist auch mega negativ bewertet. Warum? 84% Daumen runter. Fast 300.000 Münzen kostet er. Gut, man kann sagen, vielleicht ein bisschen zu überteuert. Aber 286er-Gerateter-Squad, vielleicht wegen dem Zeitsegment, dass wir wirklich nur eine Woche oder acht Tage insgesamt Zeit haben für ihn. Das könnte ein Faktor sein. Dann schreibt mir auch dazu gerne eure Meinung zu Arturo Vidal und der Season und den SPCs rein in die Kommentare. Mal gucken, ob wir heute hier den ein oder andere Pack auch noch mehr machen. Und dann würde ich sagen, gehe ich rein und wir sehen uns hier gleich wieder mit einem fertigen Squad. So Freunde, und da ist der Squad fertig. Wahrscheinlich ein bisschen zu high-rated, aber ist mir jetzt komplett egal. Wir geben einfach ab, untradable Hummels. Ich kann eh nichts mit ihm anfangen. In der SPC brauche ich ihn jetzt auch nicht unbedingt reinballern. Und wir geben ab, Blick kommt. Wir geben Kera ab, wir geben Denayer ab, untradable Mathieu ebenfalls, genauso wie Hummels. Mario Fernandes, Pacheco. Tadish ist ein tradable, äh, tradable ist ein Lassari. Belotti ein tradable und Promis tauschbar. Also, das gehen wir ab den ganzen Hasen hier. Zack, CDA Team of the Season. Spieler mal gucken, wie wir ziehen können. Vielleicht wird es ja CR7. Wir werden gleich auf jeden Fall noch das ein oder andere Pack der CDA Team of the Season Garantie SPC hier in diesem Video auch noch aufmachen. Und, äh, ja, damit würde ich sagen, war es das auf jeden Fall damit. Äh, und wir gehen jetzt rein. Direkt rein in dieses wunderbare Pack. CDA Team of the Season 3, 2, 1 und Abfahrt. Let's go. Komm schon, EA, gönn auf jeden Fall. Hashtag Pack lag in die Kommentare, ihr wisst Bescheid. Daumen drücken, Jungs. Und es wird, komm schon, EA, bitte. Ah, es wird Handanovic. Es wird Handanovic. Leider ein Torhüter, kein Offensivspieler. Es wird aber jemand 94er-Gerater-Spieler, den wir hier zurückbekommen. Und ich traue Hummels überhaupt nicht nach. Ich traue Hummels überhaupt nicht nach. Mal gucken, was der Handanovic noch kostet. Ja, ein bisschen mehr als die SPC. Gute 80.000 Münzen. Und, äh, insofern nehmen wir gerne mit. Wie ist es bei euch gelaufen? Schreibt es doch rein in die Kommentare und jetzt rein in die nächsten Packs. Let's go. So, Freunde, zweites Pack. Hoffentlich jetzt was Besseres. Zumindest mal ein Feldspieler am Start. Komm schon, EA. Ich weiß, du kannst es besser. Italien wird's. ZOM. Und es wird Rom-Spieler. Und der ist 88er-Graded. Ja, Pellegrini. So sieht's aus. 88er-Pellegrini. Gerne auf jeden Fall auch für die Leute bei YouTube. Gerne nochmal reingehen. Und zwar in den Preisvergleich. Dass wir das direkt dann mal quasi gleich direkt nebeneinander haben. Team of the Season. Pellegrini kostet, oh Gott, nur noch 30.000 Münzen an der Playstation. 40 an der Xbox. Ah, eher schlecht. Eher schlecht. Es ist gar nicht gefühlt schon. Also benutze ihn für eine SPC. Hol ihn gleich zurück. Und dann rein ins nächste Pack. So, Freunde. Pack Nummer 3 für das Video. Komm schon, Jungs. Wir müssen das Besseres sagt Pellegrini und Tandanovic ziehen. Das geht doch nicht für dir. Drittes Pack und es wird Miliko Vizavic oder was? Miliko Vizavic kommt um die Ecke. Ja, kann man auf jeden Fall schon mal mitleben. Der wird auf jeden Fall spielbar sein. Das kann man definitiv sagen. Also wenn du den jetzt hast und spielen willst, dann musst du so ein Vidal zum Beispiel nimmer abschließen. Auch das steht fest. Team of the Season des CDA. Und er dürfte auch noch einiges kosten. Ist auch der Fall. Oh, ich sehe gerade, auf der Xbox tatsächlich auch nicht mehr so viel. Auf der Playstation viel, viel mehr. Also auf der Xbox 80.000 Münzen und 140.000 Münzen noch an der Playstation. Also das ist ein definitiver Unterschied. Aber du bist ja auf der Playstation am Start. Insofern ein Win Air für dich. Und vor allen Dingen auch spielbar. Rein ins nächste Pack. So, Freunde. Nächstes Pack. Pack Nummer 4, wenn ich richtig mitgezählt habe. Und wir ziehen. Komm, lasst uns CR17, Jungs. Daumen drücken. Oh, was wird das denn hier? Oh, es wird kein... Oh, mein Gott. Nice. Wird Quadrado. Rechtsverteidiger 92er Quadrado. Und da hatten wir doch zuletzt einen guten alten... Eieieieiei. Da hatten wir doch einen zuletzt am Start. Rechtsverteidiger. Danilo. Ich hoffe, den hast du noch nicht. Und was kostet er noch? Du hast denn das Duplikat am Start? Könntest du also für eine SBC reinballern. Er kostet wirklich nicht mehr viel auf der Xbox. An der Playstation ein bisschen mehr. Ungefähr so viel wie die SBC selber. 75.000 Münzen. An der Playstation 50.000 grob an der Xbox. Also nächstes Pack. Hoffentlich was besseres. Let's go. So, Freunde. Und jetzt hier das nächste Pack ist am Start. Pack Nummer 5. Wir sind bei Knacks am Start. Und der hat auch noch ein ultimatives Pack. Was wir natürlich gleich noch gerne als Bonus auf jeden Fall mitnehmen. Und da wundert es mich wirklich. Das hat man beim letzten Mal auch. Dass ich da wirklich kein Ultima dieses Pack auf dem Hauptaccount habe. Wir ziehen auf jeden Fall jetzt hier einen Smalling. Auch der ist gar nicht mal so schlecht. Smalling ist am Start. Knappe 90.000 an der Xbox. Auch knappe 90.000 an der Playstation. Sehr, sehr spielbar. Mit seinen 87 Tempo, 94 Dev und 96er Physis. Ich hoffe, du kannst ein bisschen was damit anfangen. Wie gesagt, sonst einfach rein in die SBC. So wie ich auch damals mit Hummels das gemacht habe. Jetzt vorhin. Und dann gucken wir mal, ob noch das ein oder andere Pack um die Ecke kommt. Bevor wir aber schauen, wie viel Serie A Tots Packs noch um die Ecke kommt. Kommt jetzt erstmal das ultimative Pack. Und dann geht das wunderbare Pack auch schon auf. Komm schon, let's go. Bitte, ey. Wird es ein Totspieler oder was? Macht nicht diesen. Macht nicht diesen. Nein, es wird tatsächlich. Es wird Andanovic. Es wird Andanovic. Es wird tatsächlich der Team of the Season auch aus dem ultimativen Pack. Ja, geiler geht es auch gar nicht, Jungs. Besser geht es auch gar nicht. Komm, lass noch einen weiteren Team of the Season hinten dran sein. Na, Habi Martin, das wird es. Ösi als 84er, SBC-Futter und ein Duplikat, was hoffentlich kein Totspieler ist. Oder hoffentlich, aber es wird Anlage Akan Feef und damit rein ins nächste Pack. So, Freunde. Und das war jetzt das Ende des Videos. Wir sind hier gerade noch mit einem ultimativen Set, wenn ich es eben richtig gesehen habe. Und zwar sind wir jetzt hier zum Abschluss Henderson. Ja, das ist auf jeden Fall das Video gewesen zu der Serie A Team of the Season SBC. Was habt ihr in eurem Serie A Totspack gezogen? Es war sogar ein zweiseltener Spieler-Pack. Ja, moin. Das könnte auf jeden Fall richtig hart hier im letzten Pack bei Dafo. Ja, und dann würde ich sagen, ja, war es das mit dem Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Lasst Liebe da. Zeigt Support. Und damit reingauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute. Euer Flo von Archie Gaming. Aber und so ist es zu sehen. Und danner sich erstmal kurz rein.